Ja, Tag! Go home, Annie! Heißt das. Ist ne Demo? Ich hab keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Ich mach mal die Sensibility unter Subtitels. Lassen wir mal. Ist, glaub ich, auch nur auf Englisch. Fousing is on. Hi. Hi. Anti-Alasin. Hi. Hi. Let's go. Äh, Control-Sporting. Full-Window. Lalalala. Okay. Continue können wir nicht machen. Wir spielen die Demo und damit... Ja, ich... Der Schock kann losgehen. Ich sag nur... Hyper Hyper! Oh, was ist das für ne Nacht? Gott, so ein Scheißwetter. Hab ich das Licht angelassen? Hm. So. Wir biegen ab mit unserem abgedeckten Auto da drüben und parken hier mal. Und dazu tut deine dunkle, rauchige Stimme ein Segen. Äh, so, jetzt wollen wir mal. So. Bei den Strompreisen heutzutage sehr fatal. Ja. Oh Gott, ist das stürmisch. So ein Dreckswetter. So, das ist also unser Auto. Ist ein... Könnte ein Toyota oder sowas sein? Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ah, ganz normales, ganz normales Berliner Wetter. Was haben wir hier? Ah, Z... Ah, oh. Ja. Wir wohnen auf der 52A. Ja, das ist übrigens unser Haus. Ich wollte euch das so mal vorstellen, ja. So sieht das übrigens von draußen aus. Ja, ich hab... Ich hab das mal live für euch aufgenommen. Ja, ich bin jetzt grad live draußen am rumlaufen und stelle euch unser Haus vor. Ja, damit ihr das mal seht. Hier drüben wohnen die Nachbarn. Die kann man jetzt nicht sehen, weil es sehr, sehr windig und stürmisch ist. Ja. Ah, guck mal, da oben. Ganz schön. Hier hinten ist so ein bisschen der Garten. Da steht noch der Betonmischer. Ja. Wie beim letzten Mal noch so ein bisschen hier... Wir sind ja noch da am Renovieren, so ein klein wenig. Hier ist die Hundehütte. Später, falls wir mal einen Hund haben sollten oder so, ne. Also... Genau. Alles sehr, sehr schön. So, hier haben wir... Äh, ein... Puh. Hier haben wir einen... Katamisser. Ich nehm's einfach mal mit. Ich weiß nicht wofür. Ich nehm's mit. Vielleicht brau ist es. Hier hab ich schon Holz gehackt. Für die schlimmen Tage. Ja, hier ist noch die Axt. Äh, es ist richtig beschissen. Man sieht einfach nichts. Es ist richtig scheiß Tag. Ein... Ja, ich wohne sehr romantisch, ne. Richtig schön, oder? Guck mal. Guck mal, hier sind noch Seilam hängen. Da oben haben wir noch irgendwelche Früchte zum Trocknen oder Zwiebeln. Guck mal, Knoblauch. Zwiebeln haben wir auch da. Knoblauch für die Vampire, die zwischendurch kommen. Die wollen wir ja nicht haben. So. Dann würde ich sagen, stell euch mal unsere Wohnung unter unserer Hausfahrer, ne. Also, hä? Nicht die schön idyllisch. So. War das vorher schon da? Ich weiß nicht. Ach guck mal, der Amazon-Bote war da gewesen. So. Use Item. Unser Cuttermesser. Use. So. Ach ja, stimmt. Ich hatte ja eine Kamera bestellt gehabt. Stimmt, ja. Ja, da war ja was gewesen. Die gute Mini-Mini-VX. Ja, in der HD-Version mit 12 Megapixeln. So. Ach, guck mal. Ach, unser Hund. Stimmt. Ja, unser Hundi. Stimmt, habe ich ganz vergessen zu erzählen. Unser... Unser Hundi. Ja, den haben wir uns schon mal angeguckt bei den Nachbarn. Den werden wir wahrscheinlich uns irgendwann zulegen. So. Somebody's locked from the inside. Okay. Was kann ich machen mit der Kamera? Das ist aber eine sehr geile 12 Megapixel-Kamera. Alter, ist das furchtbar. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich sollte vielleicht mal nach Post gucken. Vielleicht hätte jemand geschrieben. Okay, geht nicht. Äh... Ja. Der Hund lag wo? Ähm... Ähm... Ja, das... Äh... Ja. Normales Hundeverhalten. Das ist ein ganz normales Hundeverhalten. Das... Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja. Er hat sich da ausgeruht. Der schläft jetzt da eine Runde. Ja. Er hat einen Minecraft-Modus aktiviert. Ja. Konami-Code eintippen, damit es weg geht. Ja. Aber da müsste... Was? Das Paket im Müll liegen, wenn es von Amazon geliefert wurde. Hahaha. So. Äh... Use. Select items to use. Hier. Geht nicht. Okay. Muss ich das hinten machen? Muss ich bei mir zu Hause einbrechen? Ich hab wieder den Schlüssel vergessen. Verdammte Kacke. Das ist... Es ist aber auch... Ach, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wo muss ich denn jetzt rein? Sag mal. Ich hab vergessen, wie man in unser Haus reinkommt. Schatzi, kannst du mir mal helfen? Ich weiß es nicht. Kann ich denn irgendwie die Sachen auch nutzen? Okay. Das geht also nicht. Wer... Wer hält denn... Schatz, hältst du die Tür zu? Was ist denn da los? Das soll ich einfach wieder wegfahren. Da leuchtet es doch so schön. Muss ich da rein? Ah. Okay. Ich geh einfach in den Keller rein. Das ist gar kein Problem. Das ist unsere neue Idee gewesen. Über die Keller... Übers Kellerfenster reinzugehen. Falls wir mal... Falls wir mal vergessen haben. Ja. Irgendwo uns auszuschließen oder so. So. Hier ist unsere Waschküche. Ich find's ganz schön. Hier der Kühlschrank. Macht schöne Geräusche. Oh. Oh. Taschenlampe hab ich auch mit dabei. Und ein Revolver. Warum sollte ich den mitnehmen? Ich... Äh... Ich hab immer einen Revolver dabei. So. Kettensäge. Äh... I have no... Okay. Kettensäge werden wir bestimmt gebrauchen. Wir haben wohl unsere Vorratsdosen. Macht doch immer erst im Keller was. Einsteigen und die Kettensäge nehmen. Dann wird man... Ja. Ach stimmt. Ich war ja früher Musiker. Ihr wisst es ja. Ich war ja DJ und so. Ja. Und hier... Äh... Äh... Hab ich dann immer so ein bisschen geprobt. Auch. Mit... Mit Instrumenten und alles. Obwohl ich gar nicht Instrumente spiele. Aber hier mein... Ah. Hier meine... Mein... Mein... Mein Gesang. Ihr wisst... Ihr wisst doch genau. Mein Engelsgesang. I've been looking for freedom. I've been looking for long. So. So ist mein Engelsgesang. Und ihr wisst ganz genau... Ihr wisst ganz genau, dass... Das ist... Der Shit von morgen. So sieht es nämlich aus. So. Was ist das denn für ein geiles Bild, Alter? Rasierklinge im Mund. Wahrscheinlich ein Horrorfilm. Ach guck mal. Hier ist auch ein Mikrofon. Test, test und tu. Hier ist übrigens das Klo. Das Gästeklo. Ach, das ist gar nicht der Kühlschrank. Look, something is behind. Was ist denn behind? Oh. Ah. Mein Gott. Ich lass die Tür offen. Und übermorgen. Jetzt weiß ich was. Metallica immer probiert. Ja, natürlich. So, wir sind... Ah, wir sind... Kann ich die Tür zumachen? Nein, Tür bleibt offen. So, wir sind zu Hause. Das ist dann hier quasi der Kellereingang. Hier ist der Haupteingang. Da kam ich gerade nicht rein. Äh, was? No reason to go outside. Ja, okay. Ich hab keinen... Huch. Ich hab keinen Grund, warum ich... Warum ich nach draußen gehen soll. Es ist auch scheiß Wetter. Machen wir uns nichts vor. Wieso hab ich eigentlich... Alter. Wieso hab ich eigentlich die ganze Zeit die Kamera in der Hand? So, das... Äh, hier ist unser Flur. Hier haben wir noch Blümchen. Die ich irgendwie switchen kann. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Äh, auf den Dachboden gehen wir gleich. Ich stell euch erstmal mein... Mein... Oder unser Wohnzimmer und die Küche vor. Das ist die Wohnküche. Ja. Da liegt noch eine gammelige Schimmelwurst. Ja. Die ich mit zwischendurch mal reinsnacke. Hier ist mein Sesselchen. Da ist ein paar Äpfel. Wakefruit. Hui. So. Ja, im Fernsehen läuft der RTL. Ganz typisch. So. Ach, der nachdenkliche Affe. Ja. Oh ja. So. Da ist eine Zahl. 0, 5, 0. 0, 5, 0. Sehen wir eigentlich mit der Kamera irgendwelche anderen Dinge? Ich frag für einen Freund. So. Ja, das ist unsere Wohnküche. Da liegt noch Brot. Was so... Ach, guck mal. Schatz, die hat Spiegeleier gemacht. Das ist sehr schön. Da werde ich mir erstmal gleich was gönnen. So. Und hier geht es dann zu unserem... Zu unserem Hauswirtschaftsraum. Hier ist nochmal ein schöner, leckerer... Mh. Ah, lecker. Ach, guck mal. Mh. Ein Lammkopf. Lecker. Mh. Am Wochenende gibt es wieder Lammen bei uns. Lecker, lecker. So. Hier haben wir noch Kohl. Hier haben wir die guten Crispy Breakfast Corn Flakes. 100% natural. Ja. Sehr geil. Freue ich mich schon drauf. Zu frühstücken. So. In unseren Schränken her stehende Leere. Das, äh... Ja. Ist immer so. Weil wer braucht schon Teller und Tassen? Wofür auch? Wir essen einfach alles vom Tisch. So. Was... Äh... Was lockt... Looks like... Äh... The way to the... Ah, okay. So. Was müssen wir denn jetzt machen? Ich muss mal gucken. Okay. Haben wir irgendwelche... Oh, hier. Use. Bilder können wir vertauschen. Blumen können wir vertauschen. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Ähm... Ah, guck mal hier. Unsere Wappen. Ah, ganz toll. Die christlichen Wappen hier oben. So. Jetzt frage ich mich gerade. Wir haben da 0,50 Stück. Wir haben hier Bilder, die wir ändern können. Sieht man denn auf der Kamera irgendwas anderes? Nee, ne? Alter, dieser Zoom, ne? Kann ich diesen Zoom ausschalten? Und dann sind hier Blumen. Die man switchen kann. Aber was ändert er denn da? Ist da irgendwie... Sind die irgendwie anders, die Blumen? Man sieht das so schlecht wegen der Lampe, ne? Okay, wir haben zwei rote und eine normale grüne... Dunkelgrüne. Hatten wir irgendwie hier noch einen Hinweis oder so? Ich schaue mich mal um. Behind. Auch noch was? Schleichwerbung für andere Creator. Was? Kollaboration. Kommt also bald. Ja, natürlich. So. Da muss ich direkt abpusten. Oh, was haben wir denn hier? 3-2-3. Huch. Der ist in der Wand drin. 3-2-3. Okay. Kann man mit der Kamera so ein bisschen gucken, ne? Ist hier irgendwas anderes? Willkommen zu Minecraft. Zoom. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Kann ich hier... Nein. Oh, da steht auch noch eine Nummer. Guck mal da. 5-6-9-6. Alter, wie viele Nummern? Ich sollte mir die mal aufschreiben, oder? Ich schreibe mir das mal auf. So, ich mache mal hier ein neues Zettelchen. Ich habe hier schon so viele Zettel rumfliegen. Also. 5-6-9-6, ne? So. Vielleicht sollten wir gleich mal die Sicherung ausmachen. Vielleicht sehen wir dann gewisse Dinge. Ich möchte keine gewissen Dinge sehen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, was ihr sehen möchtet. Aber ich nicht. Dann haben wir 3-2-3. Wo hatten wir denn noch Zahlen? Oben im Wohnzimmer, ne? Gab es sonst noch irgendwo Nümmerken? Können wir hier was machen? Nein. War 0-5-0 war das, glaube ich, ne? Oder? Ah, wir haben es 9 Uhr. Perfekte Zeit. 0-5-0. 0-5-0. Okay. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, wofür wir das brauchen werden. Aber ich würde sagen, weil der Fernseher ja nicht funktioniert. Ne? Ähm. Was? Ich mache den mal kurz weg. Brauche den Bildschirm. Aber ich höre ihn noch. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal die Sicherung runter. Und dann schauen wir mal. Das ist bestimmt ganz toll. Und die beste Idee ever. Die wir je hatten. Was haben wir denn da? Eine Bathroom-Kassette. Ah, okay. Okay, Pflanzen rechts. In der Mitte die Dunkle. Okay. Hat sie? Da ist das nächste Tape. Kann ich nochmal anmachen? Heißt also. Gut, bis jetzt noch nichts passiert. Also, die Blumen müssen so. Das Dunkle muss so. Wieso habe ich hier schon wieder Krissel? Ich habe Krissel in der Kamera. Warum auch immer. Irgendwo wird es schlimmer. Aber wie kommen wir denn ins Badezimmer rein? Okay. In meiner Vorstellung wäre es danach vom Geschnellen zur Kamera. Nein, 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 nein. Ich bin weg. Genau, ich bin weg. So, das ist richtig. Dunkle ist in der Mitte. Genau. Können wir uns eigentlich die Sachen nochmal irgendwie angucken? Ah ja, hier bestimmt, ne? Watch. Hä, rechts ist eine Tür. Das mit der Fliese habe ich verstanden, aber... Hier ist eine Tür, aber hier ist keine Tür. Doch da. Oh, lol. Okay. Moin. Hä, da liegt keiner drin. Hä? Das stimmt aber nicht, das Tape. Was haben wir denn hier? Kleatros? Oh, Alter. Das Klo ist aber echt ein Traum, ne? Und noch ein Tape. Ja, ist bitte mal besser. Wo ist das denn? Ich weiß gar nicht, wo das gewesen ist. Das könnte oben gewesen sein. Warte mal. Hier müssen Bilder hin. Ach so. Man macht das so. Unten war ein Teddy, ne? So. Hier war ein Teddy am Sitzen. Da, der sitzt da. Hallo? Also baden könntest du ja... Weißt du was? Könntest du ja... Gehört das blutige Bad. Hautverjüngung. Ja, natürlich. Deswegen sehe ich immer immer so gut aus. Ah, Eigenlob, ne? Und so weiter. Ja, und nun? Was war denn auf dem Tape noch zu sehen? Sag mal. What? Wo ist das denn gewesen? Das mit den Seilen? Sag mal. Wenn ihr irgendwas seht, dann sagt ihr Bescheid, ne? Ja, no reason to get out. Ich habe das Gefühl, das ist oben. Aber wie soll man da reinkommen? Das geht nicht. Ich dachte, man könnte da drauf gucken. Oder ist das hier? Nee. Kommen wir denn vielleicht nochmal raus? Also jetzt durch das Fenster? Oder ist das hier? Okay, durch das Fenster geht es nicht mehr raus. Ich mache nochmal Licht aus. Weil ich so schlau bin. Und mir so denke so... Ja, das ist bestimmt die gute... Die beste Idee, die ich hier hatte. Okay, das ist aber nur im Keller Licht aus. Ich dachte, ich bin da ganz Wohnung dann. Oh, hier sind noch Handschuhe. Haben wir irgendwas übersehen hier? Oh, da liegt noch ein Schlüssel. Oh. Hallo? Nein, ich... Hallo? Nein, hör auf damit. Ich... Wieso ist Kuh neben? Das ist so merkwürdig. Wat? Wat? Öh! Wat? Wat? Was ist das denn? Also so habe ich mein Badezimmer nicht in Erinnerung. Ach, der Fliesenleger war da. Guck mal, der hat ein paar Fliesen vergessen. Das ist alles ganz schön. Klingelwimmen. Hier kommt der Eismann. Ich renne mal. Ein Videotape. Juhu! Hä, was ist das denn? Voll der Doom-Verschnitt. Okay, wo muss ich hin? Muss ich wieder zurück, oder was? Da wirkt ja aus wie das alte Doom. Ja! Aber wo war das... Wo ist dieser Raum gewesen? Hallo? Ich will wieder zurück. Ich will nicht hier irgendwo... Alter, Sonnenfliesenlieger hätte ich gerne mal zu Hause. Alter Schwede. Zack, sind die Fliesen an der Wand. So. Wir haben eine Schlüssel für den Eddick, ne? Das könnte auch da sein. Da würde ich sagen, ja, das ist hier. Hier, Knoblauch und Zwiebeln wieder von uns. Ah, ein Bügelbrett. Ah, hier... Ah, so eine leckere Salami jetzt. Wo muss ich denn drauf gucken, wo was ist, wo was ich nicht sehe? Hier, ein Stückchen Fleisch. Hähnchen. Hm. Oh, hier wurde gezockt auf der Konsole. Game-Konsole. 500 in 1. Cartridge. Geil. Können wir zocken. Und eine Schallplatte. Mit... Was steht da drauf? Jazz-Hits. Hm. Das war der Dachboden. Ja, das war nicht der Keller. Der Dachboden. Stimmt. So, was haben wir hier sonst noch? Ein Bügeleisen. Oh, hier sind noch mehr Schallplatten. Ich nehme die mal alle mal mit. Die werden wir bestimmt gut brauchen. Was ist das denn? Okay. Was ist das hier? Oh. Das ist bestimmt das, was wir gespielt haben. Also, was wir gerade gesehen haben. Ich würde aber trotzdem tatsächlich, äh... Das andere gleich erstmal ausprobieren. Das ist 500 in 1. Das mache ich nicht. Okay, die Uhr müssen wir stellen. Ich habe mir das schon gedacht, weil ich die Uhr nämlich schon gesehen hatte im Video. Oh, wir werden diese ganzen Spiele jetzt spielen, ne? Ich schwöre, wir machen das jetzt erstmal. So, warte. Wir machen erstmal das 500 in 1. Wo ist denn das? Das hier, ne? Use. Scheint nicht zu gehen. Ist defekt. Ah. Kennt ihr das? So, jetzt muss das aber gehen. Jetzt muss das aber gehen. So, was haben wir denn sonst noch hier? Das hier? Use. Use. Insert disc. Hallo? Geht das nicht mehr? Na. Äh, use. Ich möchte das usen. Ja, sick, äh, brick. Scheint auch nicht zu gehen. Guten Abend, Villager-Jung. Ich grüße dich. Dann würde ich sagen, nehmen wir das hier. Das funktioniert einfach irgendwie nicht richtig manchmal. Jetzt. Nein. Put it. Ah. Wieso funktioniert das nicht? Nein. Use. Hä? Das ist irgendwie merkwürdig. So, jetzt. Ah. Ah. In meinen magischen Händen gehe ich durch den Gang und die Gegner greifen mich nicht an. Titan Fate. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal den hier, ne? Warte mal, wo war denn das? Hier. Kann sich noch jemand dran erinnern? Für den 12 Stunden Horror-Stream. Dankeschön, Villager-Jung. Vielen, vielen Dank. Für 12 Stunden Horror-Stream. Ja, 41 Monate, du Verrückten. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Alten Übertreiber.